Musik Willkommen zu einer weiteren Folge Pechkeks Adventskalender Heute, grausige Weihnachten Das Türchen Nummer 12 Und ich war gerade draußen Ich komme gerade frisch von dem Raid Ich sage es euch Es sind wieder mal minus 1000 Grad Aber immer kurze Hose am Start Die Leute gucken einen immer schräg an Aber jetzt kommt das Türchen Nummer 12 Und das haben wir diesmal hier unten Da, die Nummer 12 Ich musste aber 2 Stunden draufbleiben Damit ich das dann als Thumbnail rausschneiden kann Damit man auch mich nicht sieht So, hier kannst du es wenigstens kommen sehen Und wir packen wieder mal Ein Tütchen aus So Wunderbar Da kommt der schwarze Keks Und krümelt wieder den ganzen Gefrierschrank voll Den machen wir wieder auf Und haben einen Zettel am Start Oh mein Gott, da steht heute so viel drauf Das kann ich gar nicht alles lesen Gegensätze ziehen sich an Du wirst jemanden gutaussehendes, intelligendes und witziges treffen Oh mein Gott Ich bin also hässlich Dumm und humorlos Ja, okay Lassen wir mal so stehen Und jetzt werde ich natürlich wie immer den Keks essen Weil gefräßig bin ich auch noch Fett stand nämlich gar nicht drauf Oh mein Gott Das ist total realitätsfern Weil Fett war nicht dabei Und jetzt werde ich diesen Keks wieder essen Und dann freue ich mich natürlich morgen Aufs Türchen Nummer 13 Und morgen ist Ne, ist morgen Freitag Verdammt, leider nicht Das wäre nämlich sonst richtig krass gewesen Freitag der 13 Aber ich glaube heute ist Mittwoch Und deshalb ist morgen Donnerstag der 13 Jetzt kommt mir der halbe Keks wieder hoch Das war es aber für heute Wir sehen uns dann morgen beim Türchen Nummer 13